Und wir schauen uns einfach an, Frau Rappen. Und wir haben uns zu gut kommen. Und wir haben uns zu verantworten. Und wir sehen uns an den Spitzenden. Und wir sehen uns. Am starken Sprung. Jeffrey Marez, der hat den ersten Sprung schon unterrichtet. Und zum zweiten noch sein. Er war 8er im Sprung bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam. Und wir versuchen sich damit für das Sprungfinale zu qualifizieren. Für den ersten. Für den ersten. Gibt es die erste. Die erste. Zurückseht ihr, der hat den 9.4 Absatz. Der hat den 4.5 Absatz. Und es ist eine recht viel zu haben. Als wir sagen. Der hat den 4.5 Absatz zu klähen. Und er ist die erste.